Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Fallout New Vegas. Wir waren im Begriff, die restlichen Platten für Roach einzusammeln, als der Rechner oder vielmehr das Programm sich weghing. Und im Grunde wollten wir jetzt hier oben erstmal bei Riddler's Toys and Games schauen, ob wir da was übersehen haben. Scheint ja wohl so zu sein, weil sonst müssten wir nicht dahin zurückkehren. Ich bin ja mal gespannt, was uns da erwartet. Nein, nicht auf Veronica. Oh. Treffen wir den Kopf. Ja. Oh oh, die Waffe ist leer. Eieieieiei. Dann bin ich ja wieder bestens vorbereitet. Ähm. Uiuiui. Einer ist da noch. Da ist er. Oder vielmehr sie. Oh, wie süß. Mit Boxhandschuhen. Na, was hast du mir denn zu bieten? F-Zellen. Multiplus Rifle M. Nee. Hm, Maschinenpistole. Da könnte ich meine mit reparieren. Hülse, Jet, Korken. Den setzen wir auch noch mit. Ah, die... Den Werfer. Nee. Hm. Boxhandschuhen. Gut. Dann gehen wir doch mal rein, würde ich sagen. Ich sollte aber vielleicht die Waffe wechseln. Eher auf so eine Nahkampfgeschichte. Sturmkarabine. Kann ich den denn wieder reparieren? Jawohl, kann ich. Und meine Maschinenpistole. Auch. Sehr gut. Sehr gut. Sollte erstmal reichen. So, Riddler's Toys and Games. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Cherry Bomb nehmen wir mit. Die wiegt ja nix. Mich wundert's. Gewehrfalle entschärfen. Ähm... Ein Partyhütchen. Ach, shit. Vorkriegsbuch. Vorkriegsgeld. Ich hab' aber sowieso noch einiges an Gewicht dabei, was nicht wirklich... Zerstörtes Partyhütchen. Ne, das nehmen wir nicht mit. Ähm... Auf jeden Fall... Oh, ein Sensormodul. Mine entschärfen. Kunkorken. Kunkorken-Mine. Hutt! Ah, Veronika! Was war das denn jetzt? Ah, nein. Ja, das müssen wir aber nochmal neu machen. Ich hätte mir was zum Lesen mitnehmen sollen. Hättest du vielleicht. Die entschärfen wir erstmal. Gewehrfalle entschärft. Oh. Da war nichts weiter drin. Was haben wir da denn noch? Jetzt, wo Prim einen neuen Sheriff hat, wird man die Leute da wohl nicht mehr so leicht drangsalieren können. Was ist das hier? Wenn ich dich finde, fress ich meine Milz. Ist ja alles vermint, ey. Was gibt's denn da so dumm zu glotzen? Ich schaue gar nichts an. Dann geh doch weiter. Weiter. Da ist noch so ein Ding. Hu 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 hu. Jemand hat es auf uns abgesehen. Den Wichser niete ich um, wenn wir rauskriegen, wer es ist. Oh. Da ist noch einer. Ei, 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 ei. Schachbretter brauchen wir nicht. Was haben wir denn hier noch? Karo 2 aus dem Tops, Kreuz Ass aus dem Lucky, Kreuz, ja, Ultra Deluxe. Ein Teddybär. Aber nicht Mr. Cuddles. Dino-Spielzeug. Kann man eigentlich auch nicht genügend von haben. Ja, steht ja dran, dass er leer ist. Schau dir gerne selbst beim Bluten zu. Falsche Richtung. Machen wir nicht weiter. Nee. Ach. Ach. Wenn es die Fische ist, weißt ich, nein, im... Ach. Ich schaue dir wohl gerne selbst beim Bluten zu. Du schaust dir wohl gerne selbst beim Bluten zu. Ach. Ich müsste mal die Waffe wechseln. Und vielleicht meine Aktionspunkte erhöhen. Wie war das denn jetzt nochmal? Psycho. Rebound. Ah, Stimpak zur Auto-Injektion. Du schaust dir wohl gerne selbst beim Bluten zu. Bam. Du schaust dir wohl gerne selbst beim Bluten zu. Das ist ja mal richtig übel. Du schaust dir wohl gerne selbst beim Bluten zu. Wo sind die? Erstmal mal ein Stimpak einwerfen. Das war ja übel. Puh. Heißer Katrin alle. Mal gucken, was wir damit schon so bewerkstelligen können. Und dann ziehen wir uns noch mal so ein schmutziges Wasser hinterher. Eieieieiei. Damit könnte ich meinen wahrscheinlich reparieren. Gorken, Medix, schmutziges Wasser. Viel Treiberstand. Von wo? Da oben. Da sind noch drei. Du schaust dir wohl gerne selbst. Ja. Und den schmeiße ich jetzt mal eine Granate hoch. Ähm. Genau. Selbst beim Bluten zu. Granate! Du schaust dir wohl gerne selbst beim Bluten zu. So ist es. Runter! Immer noch nicht. Gibt's ja wohl nicht. Jetzt aber. Learning to fly. Und gute Waffen haben sie sogar auch noch. Eieieieieieieiei. Webound dem Pack. Turbo. Gucken wir ihn schon. das licht einschalten metallrüstung verstärkt plasma defender ich glaube da haben wir schon einen von riesen trümmer ein mega okolith was haben wir denn da ein schwer verschlossenen safe geht doch konzentriert ach komm und wodka nehmen wir auch noch mit immer gern genommen einmal aufbereitetes wasser ich trau dem beraten hier noch nicht und entzugs erscheinungen da müssen wir dann mal auf den fixer zurückgreifen da liegt noch munition oh ein teddybär es ist nicht mister kardos sensormodul wäre nicht schlecht noch ein teddy aber auch nicht mister kardos waren wir hier in dem schuppen ich noch gar nicht drin vielleicht habe ich die tür übersehen nuka cola truck aber wir sollten auf jeden fall die augen offen halten denn wahrscheinlich ist das ding wieder irgendwo in irgendeiner ecke versteckt schwer verschlossener desk hoch das war ja einfach vorkriegsgeld na was haben wir denn da noch patriotenkochbuch ich sollte vielleicht mal auf der lokalen karte schauen wo denn dieses objekt der begierde quasi liegen soll dann lokale karte ich stehe im grunde direkt davor ist es die kamera wahrscheinlich nicht oder muss ich irgendwie nach oben kommen das könnte natürlich auch sein aber ich habe ja bis jetzt noch keine treppe gefunden da ist eine treppe da ist eine treppe nach außen sehr leicht verschlossen ach wir kennen uns doch schon er hatte noch eine hülse noch ein plasma rifle m schreibtisch ist leer weggesprengt haben wir sie trapper büchse ich könnte mal gucken ob ich meine 9 mm nicht noch irgendwie ja eine waffe in einem hervorragenden zustand was haben wir noch im gewehrschrank patron eine pistole nicht dass ich sie gebrauchen dürfte aber im zweifelsfall kann man sie ja noch verscherbeln verschlossen sehr leicht verschlossen find diary extract mhm alles leer ja ein negligee boing lass mich da mal einschauen ja footlocker sehr leicht verschlossen vielleicht ist er ja hier drin roach them yes ähm tierischer flasch was haben wir denn hier noch ansonstiges finds diary extract new home is good we can spy on those freaks to the east from here oh entschuldigung maybe find out why they don't die when we shoot at them we have the place rigged to blow big time if one of them sets foot in here then we'll see if they can rebuild themselves from a thousand bloody pieces oh oh ne mal einfach mal mit kommen wie gesagt im zweifelsfall können wir es ja noch verscherbeln aktivieren terminal nichts passiert na gut dann kommen wir mit veronika gerade als das rumstehen gerade als das rumstehen langweilig wurde gucken vielleicht warten ja draußen auch noch ein paar unholde auf uns scheinbar nicht gibt es denn hier sonst noch irgendwelche punkte die wir noch nicht gefunden haben pumpstation osten ja das lassen wir mal gucken wir jetzt mal nach dem nächsten hier free tech broadcasting building ich glaube da müssen wir nachher anschließend zu roach zurück ich kann mich nicht schnell bewegen wenn feinde in der nähe sind du hier welche feinde gesehen veronika also ich nicht noch nicht oh da hinten brennt noch nicht ein schuss fucking kidding holspitz panzer brechend nehmen wir erstmal die holspitz da ist nichts warum können wir nicht schnell reisen da ist das free tech broadcasting gebäude da müssen wir hin zum hide zum find hideout aber was da auf uns wartet das seht ihr in der nächsten folge und bis dahin macht's gut so viel zu vorlaut für heute und ich hoffe ihr hattet genauso viel spaß wie ich auf der linken seite oben findet ihr die komplette playlist mit allen videos links unten gelangt ihr zu den videos von meinem minecraft server klickt auf den gasmaskenmann um meinen kanal zu abonnieren und nutzt die tools unter dem video um es zu teilen kommentieren oder favorisieren macht's gut